Herzlich Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Minecraft, beziehungsweise die Aufnahme ist eigentlich nur fortgesetzt, aber wir spielen jetzt im doppelten Geschwindigkeitsmodus, denn, sorry ich musste mich kurz räuspern, denn ich habe mittlerweile so viel Minecraft im Voraus aufgenommen, dass ich im Endeffekt, wenn ich das in normaler Geschwindigkeit abspiele, nicht mehr nachkommen werde. Also, nicht mehr in diesem Leben, weil es ist im Endeffekt so, oh, Creeper, äh, Creeper? Ja, schön, blöder Creeper. Na, auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, ist, ich habe so viel aufgenommen, also ich habe gerade eben, äh, circa vier Stunden Minecraft gespielt, auf dem Server natürlich, und, äh, ich habe nicht wirklich viel gemacht, also ich habe gefarmt, so wie jetzt hier auch zu sehen ist, ähm, ich habe nichts gebaut. Und, ähm, was ich in dem Moment noch nicht weiß, ist, dass hier ein paar Leute unterwegs waren, die höchstwahrscheinlich Dias gefarmt haben, wie man an sowas wie das hier sieht. So ein komischer langer Gang, der gezielt in eine bestimmte Richtung führt. Aber, äh, werden wir später noch sehen. Aber, wie gesagt, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich werde jetzt die Sachen alle in doppelter Geschwindigkeit ablaufen lassen. Das heißt, was ihr jetzt in einer Viertelstunde seht, habe ich im Original in einer halben Stunde geschafft. Das Einzige, was davon ausgenommen ist, ist, wenn ich irgendwas am, äh, an meinem Grundstück baue, das Ganze wird in normaler Geschwindigkeit laufen. Nur solche Farmsachen wie hier, wenn ich jetzt irgendwie durch eine Mine laufe oder so, weil das ist jetzt nicht so wirklich spannend. Also, das muss man jetzt nicht wirklich in Originalgeschwindigkeit sehen. So, dann habe ich jetzt schon, äh, knappe zwei Minuten drüber gelabert, darüber, dass das hier jetzt in doppelter Geschwindigkeit läuft. Kommen wir doch mal zu irgendeinem Thema. Ähm, letztens hat mir zum Beispiel jemand erzählt, Also, das Essen klingt echt komisch in doppelter Geschwindigkeit. Naja, auf jeden Fall, letztens hat mir jemand erzählt, dass, ähm, Dings hier, ähm, früher, so, zu Mickey-Maus-Heft-Zeit, also, ich weiß nicht, ob es die Mickey-Maus-Hefte immer noch gibt, aber früher, also, ich habe die früher zumindest, äh, als ich in der fünften Klasse war oder so, da habe ich die regelmäßig gelesen. Hin und wieder habe ich dann auch quasi so Fehldrucke erwischt, wo dann quasi zwei Zeitungen in eine geheftet wurden und so. Das war dann auch ganz lustig. Aber, ähm, wie gesagt, also, die Person hat mir dann erzählt, also, es ist, bin ich, ich, aber es ist eine Person, die ich, äh, na gut, die Person kenne ich auch nicht so wirklich gut, aber die Person meinte es mir erzählen zu müssen. Auf jeden Fall hat die, äh, gelesen, angeblich in einem Mickey-Maus-Heft vor Jahren, äh, dass man, wenn man nicht verschlafen möchte, seinen, äh, Kopf vor dem Einschlafen, wenn man um 5 Uhr morgens aufwachen will, soll man seinen Kopf fünfmal aufs Kopfkissen hauen, damit man dann auch ohne Wecker quasi pünktlich wieder aufwacht. Und, äh, ja, sagen wir es mal so, diese Person hat mir dann erzählt, dass sie, wenn sie wichtige Termine hat, immer noch, auch wenn sie jetzt den Wecker sich gestellt hat, trotzdem immer noch mit dem Kopf auf das Kopfkissen haut. Und, äh, ja, die Person denkt tatsächlich, dass der sogenannte biologische Wecker, also, sprich, der Wecker, der in uns allen drin ist, die, die biologische, naja, so eine biologische Uhr, dass die ihn tatsächlich dann weckt. Also, ich weiß nicht, was die Person für einen Schaden hat, aber, naja, also, ich glaub da nicht wirklich dran. Übrigens sind wir auch schon haufenweise an Eisen und Kohle vorbeigelaufen. Das Einzige, was wir in dieser Mine nicht finden werden, sind Diamanten. Denn, wenn man auf die Koordinaten guckt, das ist definitiv zu nah dran. Also, zu nah am, äh, Ursprungspunkt. Und da ist das Problem, wenn das zu nah dran ist, dann sind die Leute mit X-Ray. Denn ja, auf dem Server gibt es leider Leute, die X-Ray benutzen. Sonst ließe sich ja nicht erklären, wie hin und wieder so richtig mega gezielt Diamanten gefahnt werden. Und wie manche Leute quasi schon direkt instant-mäßig haufenweise Diamanten haben. Also, also ich habe heute, in der heutigen Aufnahme, die, das hier, das hier ist jetzt nicht die heutige Aufnahme, aber die Aufnahme, die ich heute gemacht hab, Zombie, schnell mal töten. In der Aufnahme, die ich heute gemacht hab, habe ich insgesamt über vier Stunden gespielt. Und ich habe gezielt dann angefangen, nach Diamanten zu suchen. Also, sprich, niedrige Level, möglichst irgendwo in der Nähe von, äh, Dings hier. So, wir brauchen ein paar Fackeln. Wir haben nämlich keine Fackeln mehr. So, jetzt haben wir wieder Fackeln. Und ich habe also gezielt gefarmt nach Diamanten. Heute. Und ich habe in vier Stunden, also ich habe drei für eine neue Spitzhacke gebraucht. Und ich habe insgesamt, jetzt lass mich lügen, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe in vier Stunden, also insgesamt habe ich jetzt 30 Diamanten. Und ich habe in vier Stunden keine 30 Diamanten gefunden. Ich hatte vorher irgendwie schon sieben oder so in der Kiste liegen. Das heißt, ich habe ungefähr 26 Diamanten gefunden, wenn man die für die Spitzhacke dazu zählt. Und dementsprechend 26 Diamanten in vier Stunden. Und jetzt frage ich mich, wie andere Leute haufenweise Diamantblöcke zusammen farmen können. Oh, da ist nochmal Eisen gewesen. Das holen wir uns auch gleich noch. Ah, zack. So, hier und da. Ich weiß auch nicht, warum ich mich ständig räuspern muss. Ich glaube, ich habe irgendwas mit der Stimme. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall gucken wir hier uns mal ein bisschen weiter um. Da ist die Fledermaus gewesen. Teilweise erschrecke ich mich ja richtig vor den Fledermäusen. Also man läuft so durch die Höhle. Nichts ist da und auf einmal, zack, kommt da so eine Fledermaus angeflogen und du denkst, scheiße Creeper. Aber es ist kein Creeper, weil die Fledermäuse, die explodieren ja nicht. Übrigens, was ich da gerade mache, sollte man bei Minecraft nicht machen. Man sollte nicht nach unten graben. Gerade nach unten graben bei Minecraft ist doof, denn man könnte in Lava fallen. Und ich glaube nicht, dass ich einen Wassereimer dabei habe. Wobei ich mich gerade frage, warum habe ich überhaupt Seeds dabei? Also ich meine, Seeds sind, äh, keine Ahnung, Seeds sind sowas von unnötig. Also klar, wenn man Weizenfeld bepflanzt, ist es schon schön, irgendwie zwei Stacks Seeds zu haben, damit man dann dementsprechend das Weizenfeld auch voll kriegt. Aber abgesehen davon braucht man Seeds bei Minecraft gar nicht. Gut, okay, zum Hühnerfüttern vielleicht. Also damit die Hühner dann poppen. Wobei ich, äh, aufgrund dessen, dass auf dem Server hier Tiere in der Plot-Me-Welt deaktiviert sind, bringt es ja eh nichts, quasi eine Tierfarm anzulegen, weil die Farmwelt wird ja sowieso resetet, früher oder später. Und, äh, was ich aber auch festgestellt habe, so brennen wir mal kurz das Eisen. Was ich auch festgestellt habe ist, ähm, dass Hühner komischerweise keine Eier legen. Also, zumindest habe ich kein Huhn gesehen, was Eier gelegt hat. Also, ich, ich weiß nicht, ich habe das ja in der vorherigen, ähm, ja, wir haben das ja schon mal gehabt, dass ich quasi da Hühner geschlachtet habe, um zu gucken, warum die keine Eier legen. Ob da keine Eier drin sind, wer weiß. Und, äh, jetzt farmen wir wieder Zäune. Wow. Uhu. Voll mit, voll mit Zahnen. Äh, Zäune farmen, meine ich. Wobei, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, wenn ich in so einer Mine bin, diese Mine komplett abzubauen. Das ist zu einer Zeit gewesen, als ich quasi auf dem eigenen Server, beziehungsweise als ich auf dem lokalen Spiel kein Problem hatte, dass die Farmwelt hin und wieder resetet wird. Mittlerweile ist es ja so, die Farmwelt wird resetet. Das heißt, irgendwann bringt es nichts, die Sachen mitzunehmen, weil, siehste, jetzt schmeiße ich die Seeds raus. Äh, Iron haben wir auch nicht. Boah, was kann ich denn jetzt wegschmeißen? Eine Kartoffel? Toll. Eine Kartoffel. Äh, baue ich mir jetzt noch zwei Öfen. Zack, zack. So, hier. Geht das ein bisschen, äh, da schmeißen wir das rein, da schmeißen wir die Kartoffel rein. So, dann brennen wir die, dann können wir die gleich essen und dann sind wir nicht mehr hungrig. So. So, Hähnchen noch rein. Schnell noch Hähnchen brennen. Kurz mal Kartoffel essen. Hähnchen ist fertig. Hier ist Fleisch fertig. Eisen ist fertig. So, den können wir mitnehmen wieder. Habe ich jetzt die Seeds schon wieder eingesammelt? Ach, naja, egal. Auf jeden Fall, doppelgeschwindigkeit ist ganz lustig. Und, äh, ja, äh, apropos, äh, die Geschichte vom Anfang, so mit dem Kopf aufs Kopfkissen hauen, weil man irgendwie so abergläubisch ist und denkt, oh ja, dann werde ich automatisch wieder wach morgens. Da ist natürlich meine Frage jetzt, habt ihr denn auch solche Angewohnheiten? Sprich, macht ihr auch irgend so ein Kram wie, keine Ahnung, euren Kopf aufs Kopfkissen hauen, um euch dann automatisch zu wecken? Oder zum Beispiel, äh, zu Schulzeiten habe ich das tatsächlich gemacht, weil, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe es tatsächlich gemacht zu Schulzeiten. Ähm, wenn man eine Arbeit, eine wichtige Arbeit geschrieben hat, also heutzutage sagen die Leute ja Klausuren dazu. Aber damals haben wir gesagt, wenn man eine Arbeit geschrieben hat, dann war das so, dann hat man sich am Vortag zwar damit beschäftigt mit dem Thema, sprich, hat sich das Thema durchgelesen und so weiter und hat es wiederholt und so und hat Übungsaufgaben gemacht. Aber man hat sich dann abergläubischerweise, äh, die Arbeit, so, da war ein kurzer Schnitt, neue Aufnahme. So, ich habe übrigens ein bisschen die Farbe rausgenommen. Jetzt, äh, nicht wundern, aber es sieht persönlich, finde ich, besser aus. Wobei, äh, warum habe ich da eigentlich einen Schnitt gemacht? Äh, die Seeds sind immer noch da. Oder lag das daran, dass der Chunk nicht geladen war? Weil, äh, gucken wir mal, 2.44 Uhr, nee, die Aufnahme ist direkt nach der anderen Aufnahme entstanden. Okay, gut, ich habe dann nur eine kurze Pause gemacht, um irgendwie mal kurz was zu essen oder sonst irgendwas zu machen. So, jetzt fangen wir übrigens an, Sachen kompakter zu machen. Soll heißen, hier zum Beispiel Eisen, kann man in Eisenklötze verwandeln. Also, wenn man 2 Stecks von irgendetwas hat, dann fängt man an, Eisen, Gold, Diamanten, äh, und, äh, Kohle, Kohle ja, in der neuen Version, fängt man an, daraus Stecks zu machen. Unter anderem geht das auch bei Clay, da kann man auch Stecks draus machen, äh, Stecks draus machen. Da kann man auch größere, äh, Klötze draus machen. Also, äh, äh, ja, Kohleblöcke, Eisenblöcke, Goldblöcke, Diamantblöcke und, ähm, Knetblöcke. Naja, egal. Auf jeden Fall kann man das daraus machen und dementsprechend spart man dann Platz im Inventar. Im Inventar. So, den Ofen nehmen wir wieder mit und gehen jetzt mal kurz, oh, hier unten, gucken wir mal, was hier ist. Ah, hier ist wieder Wasser. Dämliche Fackel geht wieder ab. So, schwimm, 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 schwimm. So, hier, da ist noch Eisen, da ist auch noch Eisen. So, dat Eisen nehmen wir mit und dat Eisen nehmen wir auch mit. Zack, 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 zack. So, mal sehen, was ist da hinten? Da hinten geht's da auch, ups, nein, nicht zwei Fackeln. Da hinten geht's da auch irgendwo weiter, aber, huah, wieder so ein Fledermaus. Alter, hau mal ab, Fledermaus. So, jetzt müssen wir uns mal irgendwie einen Stein da ins Inventar gucken, gucken, packen, womit wir das Wasser da weg machen können, weil es gibt nichts Nervigeres als immer gegen dieses, da komme ich her übrigens, gegen dieses Wasser anzuschwimmen. So, dann fahren wir hier mal kurz die Kohle, die hier rumliegt. Und, ähm, ja, also falls ihr irgendwelche Aberglauben habt, wie gesagt, damals bei Arbeiten habe ich dann einfach quasi die, 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 die Unterlagen unter das Kopfkissen gelegt. So im Sinne von im Schlaf lernen. Hm? Alter. Ja, so automatisch quasi, man tut sich das, wow, da hinten ist ein Creeper. Ja, gut, okay. Warum habe ich eigentlich keinen Pfeil und Bogen, frage ich mich gerade. Um zu Hause schmeißen wir das weg, dann können wir das mitnehmen. So. Ähm, also wie gesagt, huch, komisch. Na gut, hat sich wohl scheinbar erledigt, das Thema. Na, auf jeden Fall, falls ihr solche Aberglauben habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Denn, ähm, ich habe mir damals, als ich klein war, als ich klein war, ja, ich bin ja jetzt schon Opa, sozusagen. Als ich klein war, habe ich mir quasi unter das Kopfkissen die Arbeiten gelegt, beziehungsweise die, äh, Unterlagen für die, für die anstehende Arbeit, um dann quasi im Schlaf zu lernen. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert hat, aber ich habe irgendwie nie so wirklich Probleme gehabt bei Arbeiten, dass ich da jetzt außer gut, gut, okay, in Erdkunde und Deutsch und, äh, ja. Ja, also meine Lieblingsfächer waren, waren, waren Mathe und Englisch, weil Englisch fand ich irgendwie leichter als Deutsch. Also, ich hatte in Englisch grundsätzlich so, keine Ahnung, Einsen, Zweien und solche Noten. Gut, mündlich vielleicht nur eine Drei, aber das lag eher daran, dass ich weniger geredet habe. Ganz im Gegensatz zu jetzt, jetzt quatsche ich ja ohne Pause. Und damals aber, äh, hatte ich in, in Englisch immer gute Noten, in Deutsch komischerweise nicht. Also, Deutsch ist irgendwie, finde ich, eine unlogische Sprache. Die ergibt viele, an vielen Sachen, an vielen Sachen, viele Sachen ergeben in der deutschen Sprache einfach keinen Sinn. Also, äh, keine Ahnung, zum Beispiel das. Warum gibt es ein das mit Doppel-S? Wozu brauchten wir das? Also, das, das. Wozu brauchen wir es? Gibt es irgendeinen Sinn, dass man ein das mit Doppel-S braucht? Die Englischen, die Englischen. Die Amerikaner haben the. Toll, the. Der, die, das. Drei Wörter in einem, beziehungsweise vier Wörter, wenn man das das mit Doppel-S. Wobei, das, das wird wahrscheinlich the, the sein. Im Englischen, also. Na ja, gut. Aber ich rede wieder völligen Quatsch hier. Und, äh, langsam kriege ich auch wieder Hunger. Es ist schon sieben Uhr morgens, äh, die Folge für heute muss noch raus. Also, deswegen quatsche ich hier jetzt gerade, damit ihr auch noch heute eine Folge sehen könnt. So, wir formen noch ein bisschen Zäune. Da oben ist Kohle, die ich übersehen habe. Und wehe, irgendjemand sagt wieder, du hast da Eisen übersehen oder Kohle oder sonst irgendwas. Äh, ich werde im Laufe des Spiels noch, was war das denn? Äh, nee, egal. Ich werde im Laufe des Spiels noch wahnsinnig viel Eisen und Kohle kriegen. Also, wundert euch nicht. Wie gesagt, ich überlege auch vielleicht, ob ich die nächsten Folgen dann in dreifacher Geschwindigkeit abspielen soll. Weil zweifache Geschwindigkeit scheint auch immer noch, wenn ich so anfange schnell zu reden, so wie jetzt. Ich rede irgendwie auch in doppelter Geschwindigkeit, habe ich den Eindruck. Denn, äh, die Folge ist gleich zu Ende und, äh, uh, cool. Was ist das denn? Also, irgendjemand hat sich da runter gegraben, wie man eben gesehen hat. Weil das war ein gezieltes nach unten graben. So. Und hier ist auch schon die Folge zu Ende. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss. Oder bis, äh, morgen. Tschüss. Tschüss.